was Prozent wenn du 60 Prozent Glas dafür verwendet da scheiden zu machen kriegst es zum einen Prozent ein halb sechs daraus LAS was ist denn das noch müssen die es mitgenommen von bei mir ging es echt nicht alles abgespuckt ich habe aber eine Tiers die ich alleine gefunden habe nachzuhören also werde ich wohl dann auch noch da reingehen müssen und suchen ja Marcel das ist ja jetzt wirklich nicht die Welt also das kann sie jetzt nicht so verlangen nein es ist nicht doch Minecraft ist aber wo seid ihr Leute ich möchte ich ich gehe nicht allein rein Digger ich bin hinter meinem Haus ja da kommt auch in die Miene ich bin unten ich bin in deiner Miene ich komm gleich ich will das hier nur noch mal eben alles schön machen ja du kommst gleich in der Zeit bin ich schon lange wieder gestorben so wie ich mich kenne ja da geht auch nicht alleine oder dann passt man ein bisschen auf ausleuchten und so weiter ich pass auf äh Digga wo soll ich denn du weißt schon dass ich mehr ausleuchte heißt du oder und warum stirbst du immer weil ich manchmal ich weiß auch nicht ich schaff's einfach nicht am Leben zu bleiben ich pass nicht genug auf sagen wir so ich leuchte auch aber ich ja warte dann macht du kurz an einem Dach weiter und ich mache hier mit dem Fenster wie ich dein Bild welches in der 1 und ich will deine Miene jetzt das ja das meinten jeder muss er wieder zu mir darüber habe ich keinen Bock drauf verpiss dich da denn wir hätten es doch nicht kennen am liebsten und gilt ja aber kommen denn lass mal eben kennen damit man draußen aus der reihe die ganze Staten und schneller ist untenrum der Weg ist übelst länger als der Ort oben rum auch hier ich komme gleich erst mal fett essen treffen wir uns gleich beim Bäcker äh beenden wir dann eben die Aufnahme oder wie auch kommt schon Leute was denn wir wollen auch nur zum Bäcker selbst das darf man heutzutage nicht mehr äh und glaube ich es ist gut könnt ihr jetzt mal in den Pen gehen bitte wir liegen drin ich nicht oh Michi weil er redet solch einander oh Michi ja ok wenn ihr dann nachher dann könnt ihr das meinetwegen machen aber dann ich bin dann in der Aufnahme nicht mehr dabei für heute erst denk ich weil ich hab dann ne komm komm da halt warte warte ich wollte die ganze Zeit mein gehen und jetzt und dann hat Marcel gesagt ja ähm wenn äh dann hat Lars gesagt ja wenn Marcel dann nicht dabei ist dann wird das wieder ein bisschen kritisch also gehen wir jetzt mal ein und wir haben später was zum Bäcker richtig Marcel äh richtig Lars richtig Lars also los geht's jetzt mein lieben ja komm mich ich war hier und ich ne ich stehe hier unten äh wo denn ja geh einfach die Mine runter bei Lars drin oder bei dir drin bei mir äh bei Lars meine ich okay ich geh bei Marcel mom 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 m hi 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 ja meine Rüstung ist ich sehe eure Namen hier seid so gekackt morgens oh zuvor den normalen Weg zu nehmen wo ist die Axt oh fuck das hat mir ein Rüstungsteil geschenkt ja schön dann könnt ihr mir auch einen Diamanten schenken hey da genau ein Diamanten mhm Marcel hier oben dafür habt ihr keine fünf Flusswinds hintereinander Alter wer lässt immer bei mir die Klappe auf vorher leider um mich liebt äh mich die Zeit nur den Weg zu den Diamanten wo es dann ging ja da sind keine mehr ich hab's selbst noch nicht gesehen die sind auch alle ey komm la äh Michi komm dann suchen wir eben hier ja warte ach äh Marcel ja du weißt ja dass äh Ebene 10 für Diamanten gut ist ne schon wieder hier über Zombies und bei mir leckt's natürlich mal wieder und aber Marcel beschwere dich nicht übers Lecken so wo suchen wir jetzt Michi ich hab den Gang runter gegraben wo es wir können ja hier eben hier warte komm hier waren wir noch nicht hier war wieder Lars Lapis ähm warte mal Leute ihr seid mal wieder viel zu schnell für mich ich hab keine Ahnung wo du lang bist warte warte wenn du da ich bin ich bin ja du warte hier wo warte hier guck mal hier hast du da sag ich es gleich guck mal Marcel das habe ich vorhin ja mit Lars auch gemacht äh alles was wir jetzt finden gemeinsam in der Mine teilen wir auf ok das heißt auch Diamanten um meinetwegen kannst du dann den Diamanten haben falls wir nur einen finden oder so Mensch das aber großzügig ja du wolltest unbedingt Diamanten keine Ahnung kannst du den haben ich komme auch ohne ganz klar ja vielleicht finde ich auch noch selber wenn ich jetzt darf ich mal fragen wo seid ihr langgegangen wenn ihr ja über das lab über ob sie die anderen seit nein wir wollen jetzt ohne dich gucken sonst klostet uns auf die Diamanten ok du hast schon genug Diamanten wie viel hast du eigentlich elf oder zwölf oder mehr acht noch acht aber ich werde euch auslachen weil Marcel gleich stirbt und du auch stirbst weil Marcel tot ist könnte passieren bei mir ich hab ja nicht bin ich so der Glückspilz und mich eben habt ihr die ganze Zeit rumgeheult ich soll mitkommen jetzt war ich unten und ihr michi ja ich hab nie nö gesagt michi ja jetzt bloß nicht lang wo lang na hier wo ich grad drin bin und geh da nicht runter doch geh da lieber aber aber cool äh Marcel soll ich mal auf den gleichen Block springen wo du drauf bist ja genau das wollte ich vermeiden mach mal ne oh hier hört schon auf welche Ebene 21 wow das ist mittlich ey komm mal hierher können wir uns ein bisschen runter buddeln wo wenn du da hinten lang gehst da hinten dreh dich einfach mal um und geh da lang Digga Marcel was war das denn gerade Stimmbruch halt da kriegt man nicht immer alle Töne na klar ich hab nicht so ne zarte Babystimme wie ihr leiden Wahl lass mich doch abbauen nhrf Marcel du bist nicht im Stimmenbruch vielleicht und ob ich das bin natürlich meine Stimme leiert ständig mal rede mal hab ich so ne Babystimme dann hab ich vor �K anges 만 página ich baue Kohle ab gerad wo ich anfange Kohle abzubauen Ja, bau du mal da anders ab. Okay, das war's jetzt. Ja, aber nein. Was weiß ich mit dem nächsten Part. Tschö. Ciao. Ah ja, deine Mutter. Oh, Marcel, das ist nicht cool und auch nicht lustig. Tschüss. Hi, wir sind zurück bei Latrix. Hey, yo. Minecraft Season 1. Yo. Hey, ho, yo. Nee, Minecraft Season 1. Yo. Hab ich nur zugestimmt. Ist das so schlimm? Oh. Och nein. Das ist das dämlichste Lied. Auf der ganzen Welt. Winky, 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 put your finger up your butt. Oh, Marcel, du kannst ja mit Redstone umgehen, oder? Oh, Marcel, du kannst ja mit Redstone umgehen, oder? Egal, du kannst ja mit Redstone umgehen, oder? Egal, du kannst ja mit Redstone umgehen. Muss ich das Gold echt aufteilen, das will ich gar nicht aufteilen. Doch, wir sind zusammen in eine Mide gegangen. Und ich hab... Ja, und du hast mich zusammen allein gelassen, scheiße. Zusammen allein gelassen? Wie blöd bist du? Das geht überhaupt nicht, aber es hat... Keine Ahnung, ich... Genauso wie wir sind, zu zweit, zu zweit allein, zu zweit allein. Na, 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 na. Oh, nein, das Gold will ich nicht aufteilen. Ich hab nämlich gerade acht Gold abgebaut. Oh, nein. Wow, acht Gold, das ist... Boah, Alter, wie... Weißt du, wie viel das ist? Was würdest du eigentlich mit den Gold machen? Ich hab in meiner Truhe noch sieben. Wow, ich auch. Jetzt bist du gerade auch hier, ne? Jetzt muss ich's zwangsläufig mit dir teilen. Nein, ich hab... Ich hab zwei Gold. Ich hab zwei Gold. Ich hab zwei Gold. Jetzt halt mal die Fresse da, ey. Junge, wenn ich mich gerade unter... Wow, schon wieder Lava-Cool. Ich hab drei und fünfzig Gold, du... Ist das ernsthaft? Nö. Hey, komm her. Michi, red ich jetzt auf... Oh, cool. Danke. Ja, kein Ding. Ey, du hast auch einen blonden mit gestaltenen Haaren aus der Eichenschule. Du weißt, wenn ich meinen keinen Namen sagen. Erzählt, was du da guckst im Bus. Keine Ahnung, bevor ich mich, wie du redest, ehrlich nicht. Natürlich. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Hallo, Fabi. Achso, Fabi, ja. Was ist denn mit Fabi? Du hast ihm das erzählt. Was hab ich ihm erzählt? Was wir Aufnahmen machen und so. Achso. Ja, ich weiß gar nicht, was ich von dem Problem ist. Es ist voll kindisch immer. Er hat ihm das erzählt. Mann, der hat ihm das erzählt. Ich sag's ja nur und ich bin nicht so... Oh Gott, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Weißt du eigentlich, wie geil das kommt? Ich bin da nur so lang. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Dreh mich um die Ecke. Du brennst da wirklich. Marcel, vielleicht kommst kindisch, aber ich bin nicht so kack. Du wirst sterb nicht jedes Mal in der Mine. Ja, bei mir geht gar nicht das weg. Hey, Marcel, würdest du bitte mal eben kurz umdrehen? Digga, oh mein Gott, Lava, ich brenne, ich brenne. Oh mein Gott, nein! Ah, ich wusste es. Gerade gesagt. Das Gold wäre weg. Nein. Alles ist weg. Tut mir leid, aber dafür darf ich jetzt nach. Danke, dass du mir jetzt schon die zwei Gold gegeben hast. Und vielen... Oh, geil. Ich habe die Wetzlar noch wiederbekommen. Weißt du, das ist einfach ironitisch. Es muss immer einen in der Gruppe geben, der ständig abkratzt. Und das bist du. Und in diesem Zweite ist es und in diesem Dreisler aus. Boah, Alter, ey, mach doch das nächste Mal wieder das Loch zu. Er ist aber noch. Wurde gesagt, dass ja nicht reinlaufen. Ey, aber... Ey, I'm alive. Ey, mich, ja, wenn jetzt dir oder so findest du, dann kriege ich die. Du kriegst doch nicht alle Dias, bist du bekloppt? Was? Du kriegst doch nicht alle Dias, bist du bekloppt? Nein, ich habe nicht gesagt alle. Doch, du sagst es gerade an. Ja, toll. Du hast gerade gesagt, wenn du jetzt Dias findest, dann kriege ich die. Ja, Mann, das war vielmehr so gemeint, dass ich... Dass wir das wirklich auch aufteilen, dass es nicht nur irgendein Gelaber war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, war es nicht. Gut. Ich bin jetzt mal an welches Seite. Also bei Dias kann man eine Ausnahme machen. Nein, kann man nicht. Halt's Maul jetzt, Marcel. Ja, Homo, voll Homo. Könnt ihr mir ein bisschen Kabel geben? Pff, ey, guck mal meine Truhe, ob du da noch einen Stack findest. Ey, dann fahren mich hier noch ein bisschen. Nee, du kannst nicht ganz. Vor allem, ich laufe da lang, hau den Boden weg. Lavastrom kommt zu lang. Ich konnte gar nicht mehr nach vorne gehen. Ey, aber Lars, man sieht auf deinen Aufnahmen, wie es bei dir mal leckt, ne? Ich weiß. Du weißt schon, dass das Lecken, was du da hast, kein Vergleich zu dem, was ich habe. Wenn ich dann was bewege, dann macht er das nicht zwei Sekunden später, dann macht er das bei mir manchmal eine ganze Minute nicht. Oh nein. Ach, Lars, ich hab mir einen Screenshot davon gemacht, wie du da mit dem dreibeinigen und kopflosen Schwein rumläufst. Das war geil, ne? Ja, lol. Ach so, das war ein scharfes... Nee, du erst mal so, ach so, das soll ein Schwein sein. Und weg hier. Aber man hat auch gedacht, das wären Schafe. Ich sehe, Marcel. Bist du hinter mir oder siehst du immer nur meinen Namen? Deinen Namen, ich bin... Ja, mir läuft natürlich vielleicht wieder ein Skelett hinterher. Aber es kommt die... Diese schöne Treppe kommt es nicht hoch. Komm ich auch nicht hoch. Wie, du kommst keine Treppe hoch? Nicht die Treppe. Habe mir auch gerade so gedacht. Was ist diese, diese Rundtreppe? Ich gehe da ja gerade hoch, ohne irgendwelche Knöpfe zu bewegen. Ich bewege nur die Maus. So. Mann, wieso sterbe ich eigentlich immer? Oh, ich bin ja jetzt alleine in der Mine. Was das wohl heißt? Du darfst alles behalten. Richtig. Marcel. Zu spät, ich bin drin. Nein, du bist gerade erst an der Leiter. Oh, kommt Leute. Nein, Michi und ich teilen das jetzt auch. Marcel, du sollst die Kackdinger einmal zumachen. Mir wurde heute dreimal Blut abgenommen, ey. Ja, ist das mein Problem? Sag ich dir doch nicht. Sag ich dir, wenn wir ihn nicht aufgenommen haben. Wieder mit dem Penis. Ach, natürlich. Auf immer so einen Scheiß zu labern. Dummes Kind. Wer sagt, dass das Scheiße ist? Oh, Mann. Hi. Tschüss. Creeper, oh mein Gott. Hi, tschüss. Ey, du gibst mir auch was, okay? Warte mal, warum läuft ihr uns hinterher? Immer noch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte, das war Sally. Warum kommt ihr uns hinterher? Du bist jetzt in der Mine. Ich hab das, was ich brauche. Oh ja, aber gib mir mal was ab. Michi, du bist so mies. Okay.